Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Koppelt. Unser Thema heute Wurmwelten.de Wurmkiste. Neben mir sitzt Jasper von Wurmwelten.de. Du hast mir jetzt in mehreren Videos erklärt, wie das funktioniert, was die Vorteile sind. Und ich muss das natürlich zu Hause. Ich bin hier auf Schloss Ippenburg, reise dann in zwei Tagen zurück in die Schweiz. Dann muss ich das mit meiner Frau besprechen, ob wir uns so eine Wurmkiste zulegen. Was würde ich, was darf ich meiner Frau sagen, bekomme ich, wenn ich bei dir eine Wurmkiste bestelle? Ja, also in einem sogenannten Wurmkisten-Set. Wir haben verschiedene Modelle. Das hier ist jetzt das Wurmcafé. Das ist auch unser Bestseller. In einem sogenannten Set ist dann eben eine Wurmfarm enthalten mit der Wasserschicht, über die der Flüssigdünger abgelassen werden kann, sowie drei verschiedene Arbeitsschichten mit natürlich einem Deckel. Da ist die Wurmkiste enthalten und etwas Zubehör. Natürlich eine Startpopulation an gesunden und aktiven Kompostwürmern ist dabei. Zählt ja die ab? Tatsächlich werden einzelne Chargen gezählt und dann gewogen, ganz genau. Aber wir zählen nicht jede einzelne Lieferung ab. Wir wiegen dann ab und schlagen zehn Prozent drauf. Wiegen wir mit noch einer? Tausend Stück. Tausend Stück, tausend Würmer. Tausend Würmer ist die Startpopulation. Ja, ja, gut. Genau. Ja. Dazu ist dann noch eine Hanfmatte. Die Hanfmatte macht das Kompostieren und den Start vor allem am Anfang sehr viel leichter. Die Hanfmatte wird irgendwann aufgefressen und ob man sie dann ersetzt, ist dann einem selber überlassen. Weiterhin bekommt man einen Block mit Kokosfasern. Auch dieser wird nur eigentlich nur einmal gebraucht. Nicht um die Würmer zu erschlagen. Nein, sondern der wird mit Wasser zu einem Substrat gemischt. Und dann haben die Würmer eine Art Anfangsbett, von dem sie... Also wenn du startest, dann kommt zuerst das rein sozusagen? Ganz genau. Zuerst kommt das rein, dann kommen die Würmer oben drauf und später bauen die Würmer dann aus den Küchenabfällen und der Kartonage ihr eigenes Bett und so, dass diese Kokosfasern nicht mehr gebraucht werden. So dass ich nicht also zuerst Salate im Supermarkt kaufen muss, nur um mit den Würmern zu starten? Nein, auf keinen Fall. Okay. Die Würmer sollten für dich arbeiten, nicht andersrum. Und zu guter Letzt ist der Mineralmix, der eine sehr wichtige Funktion erfüllt, nämlich den Würmern gewisse Spurenelemente sowie Kalk und Ton zuzuführen, die gebraucht werden, um sich einerseits vorzupflanzen, den pH-Wert zu regulieren und eben die besonders beliebten Ton-Humus-Komplexe zu formen. Das ist alles in einem Set enthalten. 145 Euro plus Versand. Und in der Schweiz? In der Schweiz über Wurmwelten CH sind wir bei 154 Euro plus Versand. Entschuldige, 154 Franken. Selbstverständlich. Ja, du als Neuschweizer sozusagen musst wissen, dass es da eine andere Währung ist. Okay. Wenn sie für einmal 1.000 Mitarbeiter haben möchte, dann ist das sicher die richtige Lösung. Und wenn dann unten noch was rauskommt und da kommt was raus, ja, dann werden sie sicher zufrieden sein. Verloren im Labyrinth. Aber ich weiss den Weg. Hier geht es zu Lubera.com, zu unserem Shop mit über 5.000 Gartenpflanzen und über 5.000 Gartenprodukten. Hier, hier geht es zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten, da geht es zu Gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1.500 Videos surfen können. Und hier, hier geht es zu Garten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter. Hier wird es leider so. Vielen Dank.